Schaut euch mal das an, Leute. Schaut euch mal das an, wie das schneit. Hey, 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 hey. Und das am 13. April. Seit dem 22. Dezember hat es nicht mehr geschneit. Und jetzt am 13. April 2023 schneit es so fest, wie es noch nie den ganzen Winter geschneit hat. Ha! Glaubt ja niemand heute das Wetter. Glaubt ja niemand heute das Wetter.